Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Ich finde meine Geldbörse nicht. Oh nein, meine Freundin. Markus, hast du sie gesehen? Ich bin sicher, dass sie irgendwo hier war. Natürlich kannst du sie nicht finden, weil das Zimmer so unordentlich ist. Weil du deine Pflichten als Frau vernachlässigt. Wenn du einen Ring von einem Kerl wie mir willst, musst du ihn dir verdienen. Schaue, ich verstehe, dass du gestresst bist, weil du keinen Job finden kannst. Aber ich tue mein Bestes, um dich zu unterstützen. Ich bin diejenige, die für diese Wohnung zahlt und ich bin diejenige, die uns versorgt. Toll, danke fürs Erinnern. Hast du in deiner Manteltasche schon geschaut? Ja, ich habe sie gefunden. Siehst du? Genau das meine ich. Wir leben zusammen seit zwei Monaten und schon haben wir diese Art von Misstrauen. Ich sollte gehen. Nein, warte. Es tut mir leid. Ich habe mich aufgeregt und das war nicht meine Absicht. Was kann ich tun, damit du mir verzeihst? Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Weißt du was? Ein romantisches Abendessen zum Beispiel organisieren. Ich würde gerne etwas arrangieren, aber ich habe kein Geld mehr. Vielleicht kannst du mir etwas Geld borgen. Das ist für dich. Okay. Nimm 400 Euro. Nein, gib mir mehr. Wenn es um dich geht, solltest du nicht Geld sparen. Ich verspreche dir, es wird etwas Besonderes sein. Die Nacht, die wir nicht vergessen werden. Sei um sieben zu Hause. Okay. Markus? Hallo. Hier ist Markus. Ich kann Ihren Anruf gerade nicht entgegennehmen. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Drei Stunden später. Wo warst du? Warum bist du nicht ans Telefon gegangen? Wir haben einen gemeinsamen Abend geplant. Du warst derjenige, der es vorgeschlagen hat. Du wirst es nicht verstehen. Markus, was ist los mit dir? Es geht nicht um mich. Marco, du kannst es mir sagen. Ich bin kein Fremder. Es geht um Lisa. Lisa? Wer ist Lisa? Meine kleine Schwester. Als unsere Eltern gestorben sind, habe ich mich um sie gekümmert. Hier ist ein Foto für mich und Lisa zusammen. Sie ist jetzt im Krankenhaus. Ihr Zustand ist kritisch. Ich war heute bei ihr im Krankenhaus. Schatz, es tut mir so leid. Du hast mir nie von deiner Familie erzählt. Ich wollte dich nicht mit meinen Problemen belasten. Ich musste ihnen das Geld geben, das du mir für unseren Abend gegeben hast. Weil ihre Versicherung will nicht ihre Behandlung übernehmen. Aber ich zahle dir alles Geld zurück. Das verspreche ich. Mach dir deswegen keine Sorgen. Was sagen die Ärzte? Sie braucht eine Operation. Und wenn ich nicht bis morgen 40.000 Euro auftreiben kann? Ich will gar nicht daran denken. Meine Schwester stirbt vor meinen Augen und ich kann sie nicht retten. Sag so etwas nicht. Schau, ich habe ein wenig Ersparnisse auf meinem Konto und ich werde morgen zur Bank gehen. Wir werden sie retten. Wirst du das für uns tun? Du bist ein Engel. Maria, ich muss zur Bank gehen für eine halbe Stunde. Also, du übernimmst jetzt die Führung. Ja, kein Problem. Hallo, ich habe einen Termin für eine Pediküre und Maniküre. Aha, sind Sie Lisa? Ja, das stimmt. Ist sie Lisa? Ja, sie ist Markus' Schwester. Wie kommt das? Sie sollte jetzt im Krankenhaus liegen, wie Markus mir sagte. Hallo, hier ist Markus. Ich kann Ihren Anruf gerade nicht entgegennehmen. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Maria, weißt du was? Mach mal Mittagspause. Ich kümmere mich um sie. Bist du sicher? Du sagtest, du hättest etwas zu machen. Ja, aber... Meine Pläne haben sich geändert. Okay, du bist der Boss. Was für eine Pediküre möchten Sie heute? Ich hätte gerne etwas Elegantes, Romantisches. Heute ist der Jahrestag meines ersten Dates mit meinem Freund. Um ehrlich zu sein, mache ich mir Sorgen wegen meines Freundes. Er ist immer geschäftlich unterwegs. Aber er macht mir Geschenke. Gestern kam er und schenkte mir ein Armband. Dann musste er wieder zur Arbeit. Marco ist ein echter Arbeitsfanatiker. Was genau macht Marco beruflich? Irgendwas, das mit Aktien zu tun hat. Ich kenne mich nicht aus in solchen Dingen. Wissen Sie, ich habe versucht, ihn zu überreden, diesen Job zu wechseln. Er könnte einen besser Job in der Firma meines Vaters bekommen. Dann hätten wir mehr Zeit für uns beide. Ich bin mir nicht sicher, ob er es tun wird. Er ist so stolz. Er würde nie Geld von jemandem nehmen. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Hallo? Hey Schatz, tut mir leid. Ich konnte nicht ans Telefon gehen. Ich bin gerade im Krankenhaus mit Lisa. Wie geht es ihr? Die Ärzte bereiten Sie für die Operation vor. Ich schätze, ich muss über Nacht hier bleiben. Übrigens, hast du schon das Geld besorgt? Ja, habe ich. Ich bringe das Geld ins Krankenhaus. Nein, das ist nicht nötig. Du hast schon so viel für uns getan. Ich denke, es ist besser, es mit einem Kurier zu schicken. Ich schicke dir die Adresse. Okay. Oh mein Gott, Marco. Ja, natürlich werde ich dich heiraten. Ich bin so glücklich. Ich auch. Tut mir leid, dass ich störe. Da ist jemand, der nach Ihnen fragt und sagt, es wäre der Lieferservice. Oh ja, schicken Sie ihn rein. Ja, okay. Kein Problem. Ich weiß, ich war in letzter Zeit viel unterwegs. Und dass du mich vermisst hast, aber ich habe wirklich hart gearbeitet. Ich weiß, ich war in letzter Zeit viel unterwegs. Und dass du mich vermisst hast, aber ich habe wirklich hart gearbeitet. Heute bekomme ich meine Prämie. Damit wir irgendwo hinfliegen können, um unsere Verlobung zu feiern. Heute bekomme ich meine Prämie. Damit wir irgendwo hinfliegen können, um unsere Verlobung zu feiern. Liebling, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Aber ich glaube, dass dein Chef dich nur ausnutzt. Liebling, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Aber ich glaube, dass dein Chef dich nur ausnutzt. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und er hat eine gute Stelle für dich in seiner Firma gefunden. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Liebling, sag einfach ja. Nun, wie kann ich Nein sagen, wenn du mich so anziehst? Eilzustellung, Herr Was geht denn hier vor? Sie sind das Nagelmädchen aus dem Schönheitssalon. Eigentlich bin ich nicht nur das Nagelmädchen aus dem Schönheitssalon. Ehrlich gesagt bin ich seine andere Freundin. Eigentlich bin ich nicht nur das Nagelmädchen aus dem Schönheitssalon. Ehrlich gesagt bin ich seine andere Freundin. Lisa, hör nicht auf sie. Du bist so ein Lügner. Wie kannst du nur so lügen? Du bist so ein Lügner. Wie kannst du nur so lügen? Du hast in meiner Wohnung gewohnt, hast mich für Geld abgezockt. Und dann hast du angefangen, mich anzulügen über deine kranke Schwester, die anscheinend deine Freundin und Verlobte ist. Du hast in meiner Wohnung gewohnt, hast mich für Geld abgezockt. Und dann hast du angefangen, mich anzulügen über deine kranke Schwester, die anscheinend deine Freundin und Verlobte ist. Und du hast die letzte Nacht in meinem Bett verbracht. Und was machst du jetzt? Du stopfst Geld in deine Tasche rein. Das ist alles, was dich interessiert, denn du bist genauso falsch wie dieses Geld. Und was machst du jetzt? Du stopfst Geld in deine Tasche rein. Das ist alles, was dich interessiert, denn du bist genauso falsch wie dieses Geld. Das verstehe ich nicht. Er hat mich um Geld betrogen, um als Geschäftsmann von dir zu erscheinen. Das ist nur wegen des Vermögens deines Vaters. Er hat mich um Geld betrogen, um als Geschäftsmann von dir zu erscheinen. Das ist nur wegen des Vermögens deines Vaters. Oh Gott, ist das wahr? Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich habe es für uns getan. Für uns? Komm schon, Markus. Ich bin nicht so dumm. Ich danke dir, Sarah, für das, was du gesagt hast. Während du über ihn gesprochen hast, habe ich über unsere gemeinsame Zeit nachgedacht. Und es war so, als ob ich in einem Nebel war. Endlich sind mir die Augen geöffnet worden. Lisa, bitte, sag so etwas nicht. Vergiss die Hochzeit. Du bist ein echter Mistkerl, und sei dir sicher, dass es noch nicht vorbei ist. Ich werde meinem Vater alles erzählen, und du bist erledigt in dieser Stadt. Lisa, ich bitte dich. Das würdest du noch bereuen. Hörst du mich? Du bist noch erbärmlicher, als ich dachte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. ie Musik Bis zum nächsten Mal.